Kapitel 20 Am nächsten Morgen wurde sie von dem Plapp eine Apparation geweckt. »Seid ihr beide auch anständig da oben?« brüllte Harry kurz darauf die Stufen hinauf. Hermione kraschte auf und sah sich wild nach ihrer Kleidung um. Draco setzte sich wie betrunken auf und mit einer Drehung seines Handgelenks beschwore er zwei Roben herauf, von denen eine Hermione reichte. Sie zog sie an und sah an sich herunter. »Smarag grün? Ernsthaft? Warum stellen wir nicht gleich ein Hinweisschild hier irgendwo auf, wo gerade am Vögeln draufsteht?« murrte sie, als sie den Gürtel um ihre Hüfte schloss und enger zog. Draco zog sich seine mit einem breiten Grinsen an. »Tut mir leid«, meinte er und sah dabei nicht einmal annähernd so aus, als würde er es bedauern. »Es ist die einzige Farbe, in der ich sie erschaffen kann.« Sie kicherte leicht, als sie ihn vom Bett schob. »Du kannst hochkommen, Harry«, rief sie zur Tür hinaus, während sie all ihre wahllos auf den Boden geschmissene Kleidung aufsammelte, um sie unter die Matratze zu stopfen. Dann versuchte sie ihr Haar zu glätten, sodass sie nicht mehr zu sehr danach aussah, als ob sie seit gestern Nachmittag ein halbes Dutzendmal Sex gehabt hätte. Harry streckte seinen Kopf herein, und ein selbstgefälliges Lächeln breitete sich über sein Gesicht aus, als er den Anblick des Bettes in sich aufnahm, das nun beinahe den größten Teil des Raumes für sich beanspruchte. »Guten Morgen, Hermione«, sagte er fröhlich, »tu siehst besser aus. Fühlst du dich auch besser?« Um genau zu sein, fühlte Hermione sich knallrot. »Ja«, quietschte sie. »Das ist hervorragend. Es freut mich, das zu hören. Hast du gut geschlafen? Ich weiß, dass es immer noch magische Wesen in diesem Haus gibt. Ich hoffe, dass keines davon dich vom Einschlafen abgehalten hat«, sagte Harry mit vorgetäuschter Unschuld. Hermione blickte ihn böse an. »Möchtest du, dass ich dir die Nacht detailliert schildere?«, fragte sie in einem zuckersüßen Tonfall. Das besteht aus Grinsen von seinem Gesicht. »Nein, passt schon. Ich habe mich nur generell um dein Wohlergehen gesorgt. Als dein verantwortungsvoller Freund und so.« Hermione blickte ihn weiter böse an, was Harry zum Reuspern brachte. »Tatsächlich bin ich auf Anweisung des Ministeriums hier. Da die derzeitige Situation nun einmal so ist, wie sie gerade ist, wurde ich vom Zaubergermord gebeten, euch die Urteilsverkündung mitzuteilen. Und nicht, wie es normalerweise der Fall wäre, euch dafür mitzunehmen. Weshalb ich denke, dass ihr bereits ahnt, wie es ausfallen wird.« Er zog eine große, offiziell aussehende Schriftrolle aus seiner Tasche und rollte sie auf, bevor er sie lauthals vorlas. »Draco Malfoy, das Zaubergemord des britischen Zaubereiministeriums, hat sie einstimmig für unschuldig befunden. Sie wurden von allen Verdachtsmomenten im Fall des versuchten Mordes an Hermione Granger freigesprochen. Genauso wurden sie freigesprochen im Anklagepunkt der Zwangsbindung. Ihr Hausarrest wird damit aufgehoben und sie sind frei.« Hermione lächelte erleichtert. Aber Harry war noch nicht fertig. Wie dem auch sei, hat das Zaubergemord sie für schuldig befunden, die nachfolgenden Ministeriumsbestimmungen gebrochen zu haben. Nutzung von einem nicht autorisierten Gedächtniszauber auf eine Ministeriumsangestellte? Dafür müssen sie eine Strafzahlung von 50 Galleonen leisten. Im Falle, dass weitere Anklagen von der obligierten Partei erhoben werden, kann dies einen Gerichtsprozess und eine Haftstrafe von bis zu zwei Monaten in Azkaban nach sich ziehen. Hermione warf Draco einen Blick zu, aber Harry las immer noch weiter. Und für die irreparable Zerstörung einiger magischer Schutzzauber des Zaubereiministeriums wird Draco Malfoy nach Absatz 12 unter Sektion C des britischen Zaubereigesetzes hiermit verboten, noch einmal Fuß ins Ministerium zu setzen. Im Falle, dass er es dennoch in einer Nicht-Notfallsituation tut, wird es als ein Akt der Aggression gegen die Zaubereiregierung gewertet und tödlichen Einsatzkräften wird der sofortige Zugriff autorisiert. Was? Hermione schnappte vor Empörung nach Luft. Harry sah sie entschuldigend an, als er die Schriftrolle wieder aufrollte und sie auf einen Nachttisch legte. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, das nicht zu tun. Aber offensichtlich gibt es dort eine ganze Menge Leute, die nicht wirklich scharf darauf sind, ihm den Umstand zu verzeihen, dass er ein geheimes, blutgeschütztes Artefakt von Salazar Slytherin zerstört hat, welches sie verwendeten, um die tieferen Ebenen des Ministeriums zu schützen. Und sie hatten eine rechtliche Grundlage dafür. Wenn Malfoy das Ministerium kontaktieren will, muss er das durch eine Kontaktperson in der Abteilung für magische Wesen machen. Genau auf die gleiche Art, wie es Centauren oder Goblins tun. Hermione schnappte. Das ist lächerlich! Ich werde alles tun, was ich kann, um diese Art von Riegel zu kippen, die magische Wesen davon abhalten, das Ministerium zu betreten. Das ist so diskriminierend! Das erinnert mich, Hermione. Du wurdest für die nächsten zwei Monate zwangsbeurlaubt. Was? quietschte sie. Harry warf ihr einen Blick zu. Du hast Rancorns Geständnis selbst gehört. Es gibt noch mehr Leute im Ministerium, die insbesondere dich tot sehen wollen. Und sie würden beinahe alles tun, um das zu erreichen. Das Ministerium ist gerade ein einziges Chaos. Die Untersuchungen weiten sich immer weiter aus. Sie führen gerade eine komplette Säuberungsaktion durch. Es gibt Leute, und das über mehrere Abteilungen hinweg, die Rancorn geholfen haben, oder zumindest ein Auge zugedrückt haben, als sie bemerken, was er tat. Der Kopf der Abteilung für magische Kreaturen wurde verhaftet. Genauso wie vier weitere Leute dieser Abteilung. Weiterhin ein unaussprechlicher, mindestens drei Auroren und fünf Beamte der magischen Strafverfolgung, die zumindest zum Teil mitverantwortlich waren für das dunkle magische Artefakt, das Malfoys Tür zerbombt und deine Wohnung in Schutt und Asche gelegt hat. Hermione starrte ihn an. Also, schloss Harry, bist du vorerst beurlaubt. Wenn du dich wieder dazu entschließt, zurückzukehren, werden dir eigene Sicherheitskräfte zugewiesen, die dich immer begleiten, solange du dich im Ministerium befindest. Das ist glächerlich! Ich möchte nicht, dass mir eine Gruppe von Wächtern durch das Ministerium folgt, schnaubte sie. Hermione, es ist nicht so, als ob du in diesem Punkt deine Wahl hast, sagte Harry fest. Wenn du ins Ministerium zurück willst, musst du dem zustimmen. Es tut mir leid. Ich weiß, dass sich sowas wahnsinnig macht, aber es ist nicht so, als müsstest du zurückkehren. Du hast dort gearbeitet, um das GWR durchzubringen. Niemand könnte es dir verübeln, wenn du jetzt gehen würdest. Hermione kaute auf ihrer Lippe, während sich Harry beobachtete. Es stimmte. Sie war nur wegen des GWR ins Ministerium gegangen, aber das war damals so, weil sie nicht geahnt hatte, welche Tragweiten die Diskriminierung annehmen konnte. Nachdem sie angefangen hatte, dort zu arbeiten, hatte sie so viele schockierende Dinge erlebt, von denen die meisten anderen Ministeriumsangestellten gewillt waren, sie zu ignorieren. Die vielen archaischen und ungerechten Gesetze, unter welchen die Rechte und Entwicklung von andersartigen magischen Kulturen verkümmerten. Und all die Anzeigen wegen Zauberkriminalität gegen magische Wesen, die unter den Teppich gekehrt, falsch katalogisiert oder abgelehnt wurden, als nicht vollkommen der magischen Juristikation unterworfen. So sehr sie diesen Ort auch hasste. Sie konnte nicht einfach gehen. Eine unangenehme Stille riss sie aus ihren Tagträumen, die sich von ihr ausgehend unbemerkt im Raum ausgebreitet hatte. Harry verzog leicht sein Gesicht, als er Malfoy beinahe ängstlich ansah. »Was ist Potter?«, seufzte Draco. »Ahm«, Harry stich sich mit seinen Fingern durch sein Haar und zog daran, während er überall hinsah, außer in Richtung Hermione und Draco. »Und ja, das Ding ist, dass, da du jetzt als vollblütiger Wähler klassifiziert wirst, wird mir verboten, einen Zauberstab zu nutzen. Nicht wahr?«, meinte Draco tonlos. »Ja«, gestand Harry zögerlich. »Seit die Abteilung für magische Strafverfolgung deinen Zauberstab im St. Mungus beschlagnahmt hat, haben sie geschlussfolgert, dass vollblütige Wähler als nicht-menschlich kategorisiert werden und dir deshalb die Erlaubnis, einen Zauberstab zu besitzen, entzogen wird. »Aber männlichen Wähler wird erlaubt, Zauberstäbe zu nutzen!«, explodierte Hermione. »Sie waren seit jeher eine Ausnahme, was Zauberstabverbote betraf.« »Aber das ist nur der Fall, weil sie ihre Magie nur zur Bindung verwenden können. Deshalb werden sie wie Wehrwölfe als teilmenschlich kategorisiert, anstatt als nichtmenschlich.« »Weibliche Wähler dagegen werden Zauberstäbe aufgrund ihrer willentlichen Verwandlungsfähigkeiten nicht erlaubt.« »Da Malfoy sich nur durch seinen Willen verwandeln kann, wird er deshalb ähnlich bewertet wie entsprechend andere Kreaturen.« »Auch, wenn er nur in seinem Viertel Wähler ist,« erklärte Harry bedrückt. Hermione war wütend. »Es fühlte sich an, als wäre alles, was sie am Ministerium hasste. Jede einzelne der Ungerechtigkeiten, gegen die sie die letzten Jahre angekämpft hatte, gesammelt und die letzten Tage gegen Draco angewendet worden.« Hermione war wütend. »Es fühlte sich an, als wäre alles, was sie am Ministerium hasste, jede einzelne der Ungerechtigkeiten, gegen die sie die letzten Jahre angekämpft hatte, gesammelt und in den letzten Tagen gegen Draco angewendet worden.« Sie zitterte vor Zorn, während sie über alles nachdachte. Draco legte eine Hand auf ihre Schulter. »Es ist schon gut, Granger.« »Nein, ist es nicht!« zischte sie zurück. »Und du solltest auch nicht einverstanden damit sein!« Er seufzte. »Bin ich nicht, aber ich bin auch nicht davon überrascht. Um ehrlich zu sein, habe ich schon damit gerechnet, dass sie genau das verlangen würden.« sagte er ihr. »Es ist dir gegenüber, so ungerecht und unfair. Die Internationale Konföderation und das Ministerium bestimmen über alle rechtlichen Belange in der Zaubererwelt. Aber fast alle Gesetze sind nur da, um die Interessen von Zauberern zu vertreten. Und wenn andere magische Wesen versuchen, ihre Interessen auf irgendeine Art und Weise durchzusetzen, wird erst eine Rebellion genannt, dagegen vorgegangen und entsprechende Wesen zu Verbrechern erklärt. Sie kochte. »Ich weiß«, sagte er beruhigend. »Du solltest mich nicht beruhigen«, grummelte sie. »Du solltest dich auch aufregen!« Er seufzte erneut und küsste ihre Stirn. »Ich lebe und du bist in mich verliebt. Alles andere ist nur Hintergrundrauschen.« »Das ist es nicht«, murrte Hermione. »Nun, danach fühlt es sich für mich an. Später werde ich mich darüber aufregen. Aber gerade im Moment bin ich zu beschäftigt, damit glücklich zu sein.« Dieser Satz ließ Hermione nachgeben. »Es tut mir leid, Hermione.« Harry sah aus, als würde er das Ganze wirklich bedauern. »Ich habe es versucht. Kingsley hat es versucht. Aber es wird eine Mehrheit der herrschenden Zauberer des Zaubergemurts benötigt, um eine Ausnahme zu genehmigen. Und die haben wir einfach nicht erreicht.« »Ich weiß, Harry«, kam es niedergeschlagen von Hermione. »Ich werfe es dir auch nicht vor.« »Vielleicht beruhigt es sich ein bisschen zu wissen, dass die ganze Geschichte mit Runkern und seinem Versuch, dich umzubringen, sich auf eine unglaubliche Unterstützung deiner Anstrengungen zur Reformation von Gesetzestexten ausgewirkt hat. Ich denke, wenn du dich je dafür entscheiden solltest, zurückzukommen, ist die Empörung und daraus resultierende Umbruchstimmung groß genug, dass du es sogar schaffen könntest, das Gesetz zur Zauberstabregulation zu kippen.« Draco zuckte bei dieser Ankündigung leicht, während Hermione hoffnungsvoll aufsah. Ihr Verstand raste, während sie darüber nachgrübelte, wie man am besten dagegen vorgehen könnte. »Wie dem auch sei, egal wie es mit dem Ministerium weitergeht, ihr zwei seid jetzt ganz offiziell verheiratet. Deswegen...« Er zog ein riesiges Paket aus seiner scheinbar bodenlosen Hosentasche. »Mein Hochzeitsgeschenk für euch!« Hermione befreite ein riesiges Buch mit der Aufschrift »Die Geschichte von Hogwarts« aus dem Geschenkpapier. »Es ist die neueste Ausgabe. Sie haben sogar ein paar Geschichten über Dichter angedruckt. Ich dachte, das wäre ein guter Start für eine neue Bibliothek.« erklärte Harry ihr mit einem leichten Lächeln und fügte dann mit einem Grinsen hinzu. »Auch wenn ich dir von Ginier ausrichten soll, dass es nicht von ihr ist.« »Sie hatte immer noch nicht verziehen, dass du ihr vor weniger als einer Woche gesagt hast, dass es unmöglich werde, dass ich die Wette gewinnen könne.« Hermione errötete und Draco beobachtete sie gespannt. »Jenny und Harry hatten eine Wette am Laufen. Wer mich zuerst fragt, ob ich mit ihm ausgehe, du oder Sio? Und ich habe ihr gesagt, dass du absolut kein Interesse an mir hast, da du bereits mit Astoria ausgehst. Ah, er kicherte, richtig, Astoria Greengrass. Ich habe dir erzählt, dass ich auf einen Ball mit ihr gehen würde, nicht wahr?« »Das hast du,« sagte Hermione kurz angebunden. »An dem Wochenende gab es nicht einmal einen Ball,« informierte Draco sie mit einem spöttischen Ausdruck. Hermione verdrehte ihre Augen. »Wenn du darauf wartest, dass ich mich schämen würde, über solche Dinge nicht informiert zu sein, wirst du noch eine sehr lange Zeit warten müssen,« erklärte sie ihm steif. »Oh, Hermione, da ist noch etwas. Blaise Tabini hat mich gebeten, dir das hier zu geben.« Harry hielt ihr ein großes Kuvert hin. Hermione öffnete es und zog eine Karte daraus hervor, auf der sich selbst als Zeichnung abgebildet war, wie sie auf einem Thron saß, während Draco flöte spielend um sie herumhüpfte. Die Worte »Sankt Granger« waren in elegant verschnörkelten Buchstaben darüber geschrieben. Als sie die Karte öffnete, explodierte rotes und grünes Konfetti daraus hervor. »Herzlichen Glückwunsch an die unverdiente Kreatur, die du dieses Mal gerettet hast!« erklang Blaise Stimme. »Ich hoffe inständig, dass du viel Spaß an deinem neuen Projekt hast.« Hermione lachte. »Was wird das nicht auf dem, was du in florischem Plotz gesagt hast?« glückste sie. Draco sah leicht angefressen aus. »Wir hatten das Gewehr noch nicht einmal durchgebracht, und du hast bereits nach einer neuen Quelle Ausschau gehalten, um Überstunden zu machen.« krummelte er. »Blaise wusste von dir?« fragte sie ihn. Blaise wusste es vor allen anderen. Als ich realisiert habe, dass sich zwischen uns eine Bindung anzubahnen schien, habe ich Panik bekommen und bin bei ihm zu Hause aufgetaucht. Ziemlich betrunken, möchte ich hinzufügen, und habe ihm alles darüber erzählt.« gab Draco zu. »Meine Eltern haben erst vor kurzem davon erfahren, da ich beinahe komplett blind heimgeflot bin nach der endlos langen Komitee-Anhörung von Rancor.« »Sie standen im Salon. Sie standen im Salon zu meiner Rechten und haben die Enthüllung nicht besonders gut aufgenommen. Also, nachdem ich bemerkt habe, dass sie da waren.« »Und woher wusste Pansy es?« fragte Hermione. Draco seufzte. »Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil sie eine wichtig-tourische Journalistin ist, die einfach nicht aufhört herumzugraben, wenn sie auch nur denkt, dass ein winziges Detail nicht zum Gesamtbild passt.« Er verzog sein Gesicht und sah zu Harry auf. »Habte sie schon gefangen?« »Nein.« »Um ehrlich zu sein, hat dieses Thema in der letzten Woche an Priorität für die Aroren verloren.« gab Harry zu. Draco zischte als Antwort editiert auf. »Wir denken, dass sie sich vielleicht in Richtung Mittleren Osten begeben hat und da keines dieser Länder ein Auslieferungsabkommen mit dem Zauberrei Europa hat. Naja. Lass uns mal Klartext reden. Ich erwarte nicht, dass sie sich irgendwo hinbegibt, wo wir sie festnehmen könnten. Außer, sie hätte einen Komplizen, für den sie sich ausliefern würde.« »Denkt ihr, Blaise könnte ihr etwas davon gesagt haben?« »Nein.« »Ich habe ihm einen unbrechbaren Spur abgenommen, dass er niemanden davon erzählt.« merkte Draco nebenher an. »Um Merlins Willen, Draco! Wie konntest du deinem Freund nur so etwas Grausames antun?« »Ich weiß. Er hat danach für beinahe sechs Monate nicht mehr mit mir gesprochen. Aber er hat dir trotzdem aus eigenem Willen von Hester Tadley erzählt. Er wusste, wie sehr ich mich darüber aufgeregt habe, dass du so unglücklich warst und dir gerne geholfen hätte, aber einfach nicht wusste, wie.« »Du verdienst keinen Freund wie ihn!« sagte sie nachdrücklich und schloss die Karte, um noch einmal den gezeichneten Draco anzusehen, dessen Schwingen ihn immer wieder vom Boden in die Luft aufsteigen ließen. »Also, hm, möchtet ihr, dass ich euch irgendwo anders hinbringe?« wollte Harry wissen. »Ich meine, ihr könnt natürlich bleiben, wenn ihr wollt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr irgendwo anders hin wollt, wo es weniger zugig ist, keine Doxyplage herrscht und weniger Leute vorbeikommen.« Hermione und Draco sahen einander an. »Vielleicht das Männer?« schlug Hermione vor. »Ich bin mir sicher, dass seine Eltern dich gerne sehen würden, und wenigstens könntest du dir dann einmal andere Kleidung anziehen.« »Wenn das okay für dich ist,« sagte Draco vorsichtig. »Wir müssen dort nicht hingehen, wenn du nicht willst.« »Natürlich ist es okay. Ich war inzwischen zweimal dort, und ich sollte mich besser daran gewöhnen, wenn ich manchmal ein Zaubertranklabor verwenden will.« Sie lächelte ihn an. »Gut,« antwortete Draco langsam, sah aber immer noch so aus, als würde er an ihren Worten zweifeln. »Okay, na ja, dann werde ich da mal hingehen und deine Eltern darüber informieren, dass ihr kommt,« erklärte Harry. »Also könnt ihr zwar euch dabei etwas anderes anziehen, das weniger wunderbar zusammenpasst als die Roben, die ihr gerade tragt. Ihr solltet auch den Rest eurer Sachen packen, auch wenn ich denke, dass da nicht wirklich viel zu packen ist. Ich bin dann so in einer halben Stunde oder so wieder zurück.« Harry verschwand durch die Tür, und sie hörten das »plopp« der Apparition einen Moment später. Hermione und Draco saßen still nebeneinander. »Deine Eltern«, kam es zögernd von Hermione, »werden sie akzeptieren, dass du am Ende nicht mit einer Reinblüterin zusammengekommen bist?« »Wenn mein Vater irgendetwas dagegen sagt, kann er gerne in den See springen«, meinte Draco kalt, »was meine Mutter betrifft. Sie hatte es wohl schon kommen sehen, dass du ihre Schwiegertochter bist, sogar bevor sich das Wählerblut in mir bemerkbar gemacht hat.« »Wirklich?« fragte Hermione überrascht. »Wirklich. Sie hatte ein Waisenprogramm unterstützt, um dich besser kennenzulernen.« »Oh, ich habe unglaublich viel Zeit damit verbracht herauszufinden, warum sie das getan hat,« gab Hermione zu. »Ja, offensichtlich hat sie schon vor langer Zeit gemerkt, dass ich Interesse an ihr hatte. Also hat sie sich dafür entschieden, sich ihrer Schwiegertochter auf die traditionelle Art der Maivor-Familie anzubiedern. »Ein Gringotts verließ voller Gold,« meinte Draco sadonisch, während er ihre Kleider unter der Matratze hervorzog und auf den Wäschehaufen einen Säuberungstabber mit anschließendem Frischezauber ausführte. Er starrte den zerknitterten Haufen betrübt an. »Ich denke nicht, dass ich mich schon an einen zauberstablosen Bügelzauber probieren will. Um genau zu sein, mag ich meine Fingerspitzen dazu viel zu sehr.« »Musst du nicht,« stimmte Hermione ihm zu, zog Ginys Bluse heraus und schüttelte sie aus. Nachdem sie diese angezogen hatte, bemerkte sie, dass der Anpassungszauber nachgelassen hatte. Die Mutterschaft hatte Ginny etwas kurviger werden lassen, als Hermione es war. Draco kicherte leise, als er seine Hose hervorzog, nur um zu bemerken, wie der Stoff sich um Hermiones Brüste aufblähte. »Kein Wort!« zischte Hermione und sah an sich herunter, bevor sie klagend zugab. »Das ist nicht wirklich, wie ich aussehen wollte, wenn ich deine Eltern wiedersehe. Komm her!« Draco zog sie zu sich und setzte sich auf das Bett, so, dass er auf Augenhöhe mit ihrer Brust war. »Ich bin nicht wirklich gut in Schneiderzauberei,« gab er zu, während er an dem überflüssigen Stoff zog. »Aber ich bin gut genug in Transfiguration. Ein Zauberer weiß nie, wann er ein neues Hemd braucht. Ich habe eine ganz gute Vorstellung, was deine Maße betrifft.« Er grinste sie anerkennend an. »Also bin ich nur...« Die Bluse veränderte sich und wurde plötzlich zu einem schicken Smaragdgrünen Sommerkleid. Hermione sah an sich herab. »Ist das die einzige Farbe, die du kannst?« kritisierte sie. »Undankbare kleine Hexe,« grummelte Draco, »nur damit du es weißt. Es ist nicht gerade ein Hobby von mir, Blusen in Sommerkleider zu transfigurieren.« Hermione schnaubte vor Lachen. »Es ist erleichternd, das zu wissen,« meinte sie trocken. Er starrte das Kleid an. »Ich könnte es vielleicht auch schwarz machen,« bot er an. »Schwarz,« stimmte Hermione zu, »ich möchte nicht, dass es zu sehr danach aussieht, als wollte ich dich nur ins Bett schleifen.« Im nächsten Moment war das Kleid schwarz. Hermione ging kurz ins Badezimmer und taxierte ihr Aussehen im Spiegel. Sie sah aus wie aus einem Vampirfilm der Achtziger entsprungen. Auch wenn das wohl immer noch besser war, als es am Vortag der Fall gewesen war, wenn man bedachte, wie bleich sie ausgesehen haben musste. Ihr Haar stand verstoppelt ab. Im Versuch, es nicht noch mehr zu kräuseln, mühte sie sich ab, es irgendwie würdevoller aussehen zu lassen. Aber es verweigerte jegliche Zusammenarbeit. Schlussendlich hängte sie ihren Kopf verzweifelt unter den Wasserhahn der Badewanne, um es zu durchnässen, bis sie schließlich wieder mit ihren Fingern durchkämmen konnte. Sie brang es aus und griff blind nach einem Handtuch, nur um mit ihrer Hand Draco zu ertasten, der sie hinhielt. »Weißt du,« sagte er beiläufig, »es könnte helfen, deine Locken zu zügeln, wenn du einen Glättezauber anwendest, bevor und nachdem du die Haare trocknest.« Sie warf ihm einen überraschten Blick zu. »Ich nutze manchmal einen danach, aber ich habe noch nie versucht, es vor dem Trocknen zu tun.« gab sie zu und sah ihn dann fragend an. »Wie kommst du darauf?« »Früher hatte ich auch Locken,« gab er zu. »Das ist der Grund, warum ich sie mir während unserer Schulzeit so lange zurückgegelt habe.« Hermione starrte ihn an. »Du hattest lockiges Haar?« wollte sie zweifelnd wissen. »Ja.« Draco nickte und sah dabei irgendwie gekränkt aus. »Wenn du denkst, dass ich so schon irgendwie großspurig aussehe, hättest du mich erst als Kinn sehen sollen. Meine Mutter hat mich damals immer ihren kleinen Cherubin genannt, und wenn wir Muggel getroffen haben, riefen sie immer »Schirley Dimple« und versuchten an meinen Haaren zu ziehen. Allein der Gedanke daran ließ ihn traumatisiert wirken. Wie dem auch sei, jetzt ist es eher wellig. In unserem dritten Schuljahr, als es noch unerträglich lockig war, habe ich herausgefunden, dass Glättungs- und Weichmachtzauber vor und nach dem Joggen mit Likisis Trank sie tatsächlich geklettert haben. Dein Haar ist zwar um einiges dicker als meines, aber es könnte trotzdem dabei helfen, es zu bändigen. Also, wenn du es mal probieren willst. Während der ganzen Zeit war Hermione davon abgelenkt, ihn anzustarren, um ihn sich mit Locken vorzustellen. Du musst mich mal sehen lassen, erklärte sie. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass du Locken haben könntest. Er grinste sie an. Wenn du später eine Dusche mit mir nimmst, werde ich sie dir zeigen, schnurrte er. Sie lachte und rubbelte ihre Haare mit einem Handtuch trocken. Gut, dann kannst sehr gerne mal versuchen meine zu glätten, wenn du willst, auch wenn sie sich ziemlich hartnäckig gegen jegliche Zähmung sträuben. Sie drehte ihm ihren Rücken zu. Er ließ seine Hände in ihr Haar gleiten und verharrte für einen Moment auf ihrer Kopfhaut, bevor sie das leichte Kitzeln der Glättungszauber spürte. Sie zitterte. Einen Moment später war ihr Haar trocken und sie fühlte, wie es aus Gewohnheit wieder an Volumen gewann. Er ließ erneut seine Finger durchgleiten mit einem weiteren Glättungszauber. Er trat einen Schritt zurück, um ihre Frisur zu beurteilen. Das ist das Beste, was ich im Moment zustande bringe, aber ich werde später weiter experimentieren. Hermione sah in den Spiegel. Es war besser. Mehr tatsächliche Locken, weniger graus, als ihr haar gewöhnlich war, das sonst so resistent gegenüber magischer Beeinflussung war. Zumindest sieht es nicht mehr ganz so aus, als hätte ich die letzten Tage nichts anderes getan, als mit dir im Bett zu liegen und Sex zu haben, stimmte sie ihm zu. Das werde ich mir verspäter merken, versprach Hermione vor über seine Schulter hinweg, während er in dem Spiegel die Stoppeln betrachtete, die er nun zur Schau trug. Mistkerl, murmelte sie und er rötete leicht, als sie sich an ihm vorbeidrückte. Nachdem sie sich das Fehlerbuch geschnappt hatte, machte sie sich auf, nach unten zu gehen. Unabhängig davon, wie ablenkend Draco sein konnte, hatte die Zeit, die sie in Bettruhe verbringen hatte müssen, sie zappelig gemacht. Sie war froh, endlich das Zimmer wieder verlassen zu können. Zuerst ging sie in die Küche, um etwas zum Frühstücken zu suchen. Der Küchenschrank war großzügig bestückt. Sie holte ein paar Eier, Speck, Paprika und Pilze heraus, fand ein paar Zwiebeln in den Kühlschrank und begann damit, Omelettes zu machen. Ein frisch rasierter Draco schlenderte herein, mit einer ganzen Umhängetasche voller Zaubertränke. Er zog einen Stärkungstrank heraus und reichte ihn ihr. Ich wusste gar nicht, dass du auch kochen kannst, merkte er an, als sie versuchte, die Hand mit dem Trank abzuwehren. Sie zog eine Kremasse und fuhr mit dem Sortieren fort. Nur ein bisschen, normalerweise habe ich keine Zeit dafür, aber mit meiner Mutter habe ich früher jedes Wochenende gebranscht. Harry und Molly sind besser darin, als ich es bin. Normalerweise bin ich nur der Notfallplan. Kannst du bitte den Teekessel aufsetzen? Sie hatte gerade erst zu essen begonnen, als sie hatte mit einem Plopp im Foyer erschienen. Na, sieh mal einer an, wie häuslich ihr bereits geworden seid, kicherte er, als er hereinkam. Hermione sah ihn streng an. Du hast uns hier für zwei Tage allein gelassen. Nicht einmal Wähler können nur von Luft und Liebe leben. Ich bin nur daran gewöhnt, euch beide streiten zu sehen, merkte Harry an, während er sich ein Toast stibitzte. Es ist ähnlich, wie es mit dir und Ron während unseres sechsten Schuljahres war. Das ist auch der Grund, warum ich mir schon gedacht habe, dass Mayfoy das Rennen macht. Du bist mit Sio einfach zu gut ausgekommen, als dass da etwas hätte draus werden können. Draco stöhnte. Vergleiche mich nicht mit Weasley, jammerte er. Mach dir keine Sorgen, ich denke, dass deine Chancen besser stehen, als Rons es je taten, sogar ohne den Teil, dass ihr für immer magisch verbunden seid und bereits perversen Beißsex gehabt habt, merkte Harry mit amüsierten Heben seiner Augenbrauen an. Ron und Hermione haben einfach nicht zueinander gepasst, also im romantischen Sinne, erklärte Harry und Ron hat nicht verstanden, was Hermione wichtig war. Als er B. L. V. R. beigetreten ist, war das nicht, weil er sich etwas davon erhoffte, es war nur, weil es ihr wichtig war. So waren die beiden eben. Nach dem Krieg, als die Dinge zu schwinden begannen, die sie gemeinsam hatten und ihre netten Gespräche für beide an die Grenzen der Erträglichkeit abdrifteten, tat Hermione so, als würde sie an Quidditch und den Errungenschaften von Weasleys zauberhaften Zauberschätzen interessiert und Ron behauptete, Meinungen zu Zaubertränken und Arithmatik sowie Zauberrecht zu haben. Aber in Wirklichkeit hätten ihnen diese Themen nicht egaler sein können, wenn sie es nicht für den anderen ertragen hätten. Und vielleicht gibt es Paare, bei denen das nicht so viel ändert, aber für Hermione ist es wichtig, komplizierte und sehr tiefgreifende Gespräche zu führen. Harry musste vor Lachen leicht schnauben. Hermione beobachtete Harry, dessen Augen amüsiert zur Glitzernbegalen, während er einen ganzen Teller mit Toast verwüstete und dabei ungerührt mit seiner Analyse fortfuhr. Auf der anderen Seite bist du Melphol, genau wie sie denkst du einfach zu viel nach. Ernsthaft, ihr seid beide Streber, die einfach zusammenpassen mit euren seltsamen Interessen. Es ist beinahe furchterregend, Hermione wird irgendein Thema aufbringen, von dem niemand je etwas gehört hat. Aber nein, warte, irgendwie kennst du dich damit bestens aus. Zumindest wird es Hermione mit dir nie langweilig werden. Mir ist noch nie aufgefallen, dass sie jemals ein Buch geöffnet hat oder an irgendetwas anderem gearbeitet hat, nur weil du mit ihr über irgendetwas reden wolltest, das sie absolut nicht interessiert hat. Außer vielleicht Quidditch. Um ehrlich zu sein, habe ich schon aufgehört zu zählen, wie oft ich in ihr Büro gekommen bin und ihr zwei so tief in einem Gespräch versteckt wart, dass nur am Rande etwas mit Wehrwölfen zu tun hatte, dass ihr quasi Ewigkeiten gebraucht habt, um mich zu bemerken. Und 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 ja, mir ist auch dieser unglaublich vernarrte Blick aufgefallen, mit dem er dich immer angesehen hat, Hermione. Ganz zu schweigen davon, wie er jedes Mal in sich zusammengesunken ist, wenn du gegangen bist. Wirklich jeder andere hat geglaubt, ihr zwei wärt einfach nur Wirkoholiker. Aber ich habe schnell herausgefunden, dass eure Meetings in Wirklichkeit Harry nahm sich einen Moment Zeit, um mit einem Toast in ihrer beider Richtung zu zeigen. Ein seltsames, celebrales Balzritual war, quasi Vorspiel. Hermione schnippte ein Stück Paprika mit einer Gabel in sein Gesicht. Bist du endlich fertig damit, unseren Toast wegzufuttern? Wollte sie kalt wissen. Mein Toast, korrigierte Harry sie. Mein Haus, also auch mein Toast. Aber ja, ich bin sowohl damit am Ende angelangt, als auch mit meiner Analyse, warum ich mir sicher war, dass du vielleicht mit Malfoy zusammenkommen würdest. Es waren vierzig wohlverdiente Kaleonen. Vierzig? Ich dachte, es wären acht? antwortete Hermione tonlos. Acht wären es für Ginny gewesen. Aber als ihr einmal bis spät in die Nacht am GWR gearbeitet habt, hat der Rest von ein paar Trinks in einer Bar unsere Wetten abgegeben. Die Quoten standen sehr gut für Luna und mich. Wir beide haben richtig abgeräumt. Wer sonst noch? Wollte sie resigniert wissen. Oh, alle. Ron, George, Angelina, Neville, Hannah, Dean, Padma und Pavati, Simas und noch einige andere aus unserer Schulzeit. Sie alle haben an meinen gut geschliffenen Auroreninstinkten gezweifelt. Die meisten dachten, dass Sio das Rennen macht und ein paar haben sogar auf Charlie gesetzt. Pavati hatte zwar zugestimmt, dass Malfoy total vernadelig wäre, aber sie war sich nicht sicher, ob du es je bemerken, geschweige denn erwidern würdest. Ich denke, dass sie sich bereits ausmalte, wie sie ihn trösten könne, wenn er sich seine Niederlage endlich eingestehen würde. Draco schnappte voller Verachtung. Kurz darauf schickte er die Teller mit einem Wedeln seines Handgelenks zur Spüle und legte einen Säuberungstauber auf sie. Bist du soweit, wollte Draco wissen, oder möchtest du weitere Details über die finanziellen Investitionen deiner Freunde in ein Liebesleben erfahren? Lass uns gehen, stimmte Hermione ihm zu. Niemand weiß mich wert zu schätzen, jammerte Harry, während er ihnen zum Foyer folgte. Niemand, stimmte Draco ihm zu. Das ist auch der Grund, warum sie dir zu ehren, zwei Statuen und einen gottverdammten Brunnen errichtet haben. Und einen Feiertag, erinnerte Harry ihn. Ach, stimmt, meinte Hermione trocken, lass uns nicht den Harry Potter Tag vergessen. Wie könnten wir uns denn sonst je an deinen Geburtstag erinnern, wenn er nicht zum landesweiten Feiertag ausgerufen worden wäre? Harry nahm sie beide am Arm und apparierte zu den Toren des Melfoy Männers. Buschige Eiben, die den Eingang auf beiden Seiten flankieren, stachen dunkel in den blauen Himmel. Es war ein wunderbar sonniger Tag und die plötzliche Helligkeit und der weiße Schotter erließen Hermione mehrere Sekunden lang blinzeln, als sie den englischen Landsitz und das hoch aufragende Männer betrachtete, die hinter dem mit Ornamenten verzierten Toren lagen. Nun, ich wünsche euch beiden viel Glück, ich muss jetzt leider los, noch ein paar Berichte über Rankon abheften. Er hat Ende der Woche einen Termin für einen Dementoren Kuss bekommen. Ruft mich über das Flohnetzwerk an, wenn ihr irgendetwas braucht. Harry verschwand mit einem Plopp, während Drake und Hermione einfach nur dastanden und den Weg betrachteten, dessen weißer Kies im Sonnenlicht schimmerte. Drake verwob seine Finger mit den Mitten durch das Gartentor hindurch, als würde es nur aus Nebel bestehen.